Ich bin Özlem und vielleicht kennt ihr mich als die Adventskalender-Tussi, das bin ich heute aber nicht. Heute bin ich einfach YouTuberin, die bei ONLY ein Try-On-Haul filmt. Und ich nehme euch hier ein bisschen mit, falls ihr aus der Nähe von Flens bekommt, Bro, geht unbedingt mal zu ONLY. Ich war selber überrascht, was sie für krasse Sachen haben. Guck mal, vorher dunkler schwarzer Gangster, aber dann habe ich mal ein bisschen rumprobiert, weil im Moment verändere ich so ein bisschen meinen Style und die haben so heftig schöne Sachen. Ich habe Größe 42, 44 und habe dort nur Größe XL anprobiert. Das hat auch ziemlich gut gepasst. Ich versuche im Moment eher so helle Farben und ich finde, die stehen mir so viel besser als dunkle Geschichten. Ich habe so viele tolle Teile dort entdeckt und habe mich so sehr gefreut. Also ich habe den Laden sehr, sehr lange unterschätzt. Ich war zufällig vor ein paar Wochen da, habe gesehen, was die für heftige Sachen haben und dann dachte ich, okay, ich muss da hin, ich muss ein Try-On-Haul drehen. Den seht ihr auf meinem YouTube-Kanal. Meine Shopping-Ausbeute war erfolgreich und ich freue mich. Und das war mein Vlog.